und damit herzlich willkommen zurück zu let's play gta online die marionetten wir befinden uns in lumpis bunker denn der hat eine schicke mission ja und heute auch im laufe der session kümmern wir uns dann so ein bisschen noch um meinen bunker mit dabei natürlich die marionetten nick und lumpi hallo hallo dem nick würde ich gern mal den kopf rasieren warum das denn ja weil du mich immer mit diesen kleinen gurken hier umfährst was das ist ja jetzt quatsch das ist kein quatsch das ist tatsache so jetzt auch jetzt auch jetzt auch mit lustiger frisur und fratze in der facecam ja lumpi wunderbar also du hast äh der der lumpi hatten wendekreis das unglaublich vor jeder kurve bremsen und gucken und wenn er da nicht bremst dann fährt das equipment kaputt sehr gut ja ich schleppen weg ich hole mir was zu trinken aber schmeiß nicht wieder die flasche da oben fest ist die dose ja von hier aus das war felix aber ich konnte das auch und ich weiß auch ganz genau wer schuld warum warum werft ihr sie denn auch alle weg ja du Arsch wer ist denn schuld dran gewesen du blöder penner ich weiß nicht wer das war ja ne ist klar du Spinner ich gehe ans mg nein das ist nicht das mg nein du sollst da nicht wir haben irgendwie gerade probleme einzusteigen jetzt aber passiert du ein häufiger ja es ist äh denn war ich nicht war ich nicht war ich nicht war ich nicht wieder die sache hier mit den ja was denn naja wird was wir letztes hatten im live stream glaube oder so wo wir verkackt haben ne verkackt wo uns dann am ende wo wir aus dem wasserhaus waren der panzer angegriffen hat ach so ja wo wir verkackt haben ach so ja stimmt äh nick holt dann die helis runter und ich geh tauchen ne das tauchen da sind wir doch mit deinem panzer gefahren nein das ist die mission wo wir mit dem ding hier unterwegs waren und dann bis in die stadt mussten das sind mehrere hubschrauber ah ja 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 wir machen so viel im live stream äh ouch ja sind diese scheiß tonnen an der seite ja zwei vegetarier also wir haben jetzt links und rechts und vegetarier bio tonnen aber aber die tonnen sind nicht bio doch doch sind die sind die da ist biochemie drin wobei die sind bio weil da ist ja wasser drin ne gar nie war das luft drin damit das ding auch schwimmt also ist das schon irgendwie bio halt hm wie sich so ein traktor mit platten reifen fährt ich weiß könnte ich ausprobieren genau wenn du das selber gemerkt hast ah oh da sind sie schon die hubschrauber die ich jetzt runter holen muss ja ach die ist das ja da und aua wer schießt denn da ach der scheiß trecker hat auf mich geschossen da oben rechts ach das sind die hubschraubschraubs die ladung fallen lassen ne genau genau ja richtig guck mal da sind sie alle drei okay oh lumpi oh ich halte mich einfach fest hier einer hat schon fallen lassen okay den zweiten krieg ich jetzt grad nicht nick steigst du gerade aus ich versuche weiter den heli da zu treffen hm 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 liegt hier irgendwo im zelt genau da ja da liegt doch ne da muss der lumpi noch ein stückchen fahren dass ich den krieg ja aber gut dass wir den heli der nichts hat direkt am anfang erwischt haben ne ja dann brauchen wir dem nämlich nicht nachfragen ne die könnten ja mal ein bisschen langsamer fliegen jo oder du könntest schneller schwimmen aber das kannst du ja nicht beeinflussen richtig hhhhh yeah yeah mach's so gut hmmm ie Ah nah ich glaube aus der entfernung zu treffen ist aber ja doch die gunn is gern gut ist machbar ja Ja, wir kommen jetzt auch wieder ein bisschen näher. Das ist ganz gut. Ja, bleib so. Dann hole ich den auch noch runter. So. Oh, da kommen noch mal welche. Ja, ja. Die hole ich zuerst. Alles klar. Achso, ich bin jetzt durchgerutscht. Mhm. Naja. Ey, wo fährst du hin? Genau da lang. Lila Linie, lila Linie. Achso, stimmt. Da liegt ja noch eine. Ja, ja. Ich hole aber erstmal gerade die Helis runter. Jo. Jetzt darfst du der gelben Linie folgen, Mick. Wir müssen nachher auch mal Panzerung und so kaufen, ne? Und E-Cola und sowas. Oh. Oh. Boah, diese Scheißkisten da, rechts und links Na, komm Okay, die ging jetzt ganz gut und flott Die ging besser, diesmal, ja Letztens haben wir uns ja so abgequält Ja, irgendwie schon Aber haben wir die nicht in der Folge gemacht? Nee, oder? Weiß ich jetzt nicht Doch, ich auch nicht Doch, klar haben wir sie in der Folge Doch, klar Okay, aber da haben wir sie nicht geschafft, oder? War das nicht irgendwie so? Ach, keine Ahnung Ja, wir wurden am Ende da Nee Wo der Panzer um die Ecke kam, das war im Livestream Da sind wir nämlich zu viert Das war doch im Livestream, ja Da waren wir zu viert Und dann hat der Panzer uns doch alle abgeknallt Weil die Mission hier haben wir schon mal in der Aufnahme gemacht Das waren ja auch Vorräte beschaffen, ne? Ach, ich weiß es nicht Auf jeden Fall waren wir zu dritt unterwegs Ja So, das haben wir jetzt schon mal Vorräte Stimmt, und wo der Panzer kam, das war im Livestream Genau, genau Das war im Livestream Ups So So Joa Ein bisschen Zeit haben wir noch Ja, wir sind erst bei elf Minuten Ja, du musst nicht immer sagen, bei wie vielen Minuten wir sind Ich sag das, damit du Bescheid weißt Ich seh das auch auf meinem Aufnahmedesk Äh Das ist mir egal Was haben wir denn hier drinnen noch? Ich kann das auch Ah, Lumpi, hast du nicht noch ne Spezialmission? Achso, siehst du, jetzt ist die gerade gucken heute Stimmt, weil eine war ja noch freischalten Und die andere muss noch freischalten werden Genau Dann können wir das noch machen, bevor wir dann in der nächsten Folge in meinen Bunker wechseln Mal gucken Ich glaube, ich möchte doch ein bisschen in meinem Bunker Mission machen Und ein bisschen forschen Da gibt's ganz nette Waffenteile Weiß Wie, was? Ich hab mir die Liste alles schon angeguckt, wie gesagt Ja Problem ist halt, und das kreidigt dem DLC an, das ist halt durcheinander erforscht Dass man nicht sagen kann, okay, mach erst das und das Das stimmt Wobei es das auch wieder ein bisschen interessanter macht Der eine hat dann das schon Und der andere, der hat dann halt das schon Ja, ist aber blöd, wenn du dringend diese, ne, für den Panzer bestimmte Sachen brauchst Ja, gut, das ist, das ist richtig Und die dann einfach nicht, äh, ne, weil er halt in random Die Tür ist krass Die ist irgendwie, äh, ja Die hat, die Tür hat ADHS Hm, also die letzte Mission, Arbeitskampf, ist noch nicht frei Welche ist die? Aber Datendiebstahl können wir machen Ja, dann Weil aufgeflogen, Mollwurfsjagt hatten wir das schon? Ja, im Livestream Datendiebstahl ist mit dem Motorrad Mit dem Motorrad kann ich gut Also gut gegen die Wand fliegen und so Und auf die Schnauze Und ich glaube auch Ja, auf Schnauze sowieso Das Die letzte Mission, glaube ich, auch mit dem Motorrad zu tun hat Ja, so, ich bin fertig Ich auch Ja, ich auch Einstellung, Bestätigung Was denn? Nein, da kommt einer, schmeiß den raus Der ist auf Abruf, den kannst du auch rausschmeißen Oh, wie war denn das jetzt nochmal? Irgendwas bei Spieler Facketl doch Nein, ich würde den Job nicht verlassen Nee, nee, das ist bei den Spieleinstellungen irgendwie Achso, Info Beigetretener Spieler Ja Äh, nö Mach doch jetzt Und starten bitte direkt dann Ja Ja Ich höre ein Schiff im Hintergrund Echt? Ein Schiff? Ich höre nichts Ja, ich habe ein Schiff gehört Ich nicht Oder ein Zug Ja, Schiff und Zug ist ja fast dasselbe Mhm Ja Gegenknallen Haha, er hat Fliegen Ja Haha, er hat Knallen gesagt So wie Ja Ja Ich muss immer noch an den Vegetarier denken Ja, darauf wollte ich anspielen Hat der da einen in die Buchse geballert Hat der da einen in die Buchse geballert Ja, wo müssen wir hin? Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, da rein, da sind die Motorräder Ey, der Tunneleingang war aber nun, woher nicht hier Ah, da kommt der durch Ah, da kommt der durch Ich höre jetzt mal drauf da Hier, genau du Ach, lumpi ist das Ich steig auch mal aus Das ist Ja, ist irgendwie sicherer habe ich das Gefühl Vor allem hat man da ein bisschen mehr Waffen Ja, zu dem du in Deckung gehen kannst Alter Sicher, dass wir richtig laufen? Ja Okay Sicher? Ja Wir hätten hier auch lang fahren können Fahren wäre irgendwie cooler gewesen Hätte man ja einfach platt machen können Ja, wir sind eindeutig richtig Hoppla Ja, okay, alles klar Dann ist er in Ordnung Na gut, wir hätten vielleicht das Auto hier nicht zerfüßen Da kommt noch einer um die Ecke Wow Wow Guck mal, yo Wow, also jetzt Hoch Oh, Kopfschuss Guck mal, der nickt wieder Ähm Ich habe schon mal ein bisschen aufgeräumt hier vorne Ah, da stehen sie doch Hä, wie kann ich dein Zeug abfeuern? Mit E glaube ich Ah ne, rechte Maustaste, alles klar Okay Wie geil Ist das geil? Ja, irgendwie schon Boah, das ist so ultimativ, ne? Ne Geil Ja Alter Das ist schon geil irgendwie Alter Geht das Tor da hinten auf Ah, da ist ja gar kein Tobax Stimmt ja Wo fahrt denn wir dann? Ah, nein, nein Was? Nein, Lupi ist ins Wasser gefallen Wetten 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 Stimmt's Er klappt nix Oh Mann, ey Ich werde es mir angucken Moment, ich will noch Panzerung kaufen Munition kaufen Ach ja Wird die Folge was länger Ja Wird sie Ja Boah, aber die Mission ist geil Das macht schon Spaß Aber wenigstens können wir direkt mit Fahren anfangen Da wäre ja noch schöner Rang erhöht Wenn du mir nochmal meinen Arsch wegschießt, ne? Autsch Ich flieg einfach Richtung Flughafen Das geht bestimmt gut Ja Bei mir ist kein Mensch Ah doch jetzt Hallo Boah Wo seid ihr eigentlich lang gefahren? Bei mir hat das Navi komplett woanders lang gezeigt Ja, das zeigt Du kannst ja verschiedene Wege zum Flughafen nehmen Ja, ja Das stimmt schon Trotzdem Ist das ein Geiles DLC, ey Ja Ach, hallo, Lupi Ich bin mal in deiner Nähe gelandet Geiles Flauen лов Geiles G vision G Pope Ja Ah Im Geiles Non Geiles Im Ver Di De Och Was machst du da? Jo. Geschafft. Na siehste. Ja, sehr schön. Geht auch. Aber das war wieder eine geile Mission, also das ist hammer cool. Das macht echt Spaß. Warte mal ab, wenn du mit den Dingern aus dem Flugzeug springen darfst. Das war nämlich die Vorbereitung dafür. Ok. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns über eure Ideen, Kommentare, Likes, Dislikes, Abos natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.